was geht leute willkommen zurück zu jugo master duel die letzte folge war eine katastrophe aus dem grund weil mein metadeck nicht funktioniert hat aber ich habe diesmal alles verändert alles leute lasst auf jeden fall eine bewertung da und guckt unten in die video beschreibung da ist alles verlinkt aber diesmal werde ich mein metadeck natürlich wieder ein metadeck ich werde mein metadeck benutzen ja als zweiter diesmal ja leute wird ganz anders jetzt aussehen ganz anders geht doch natürlich fängt er erst an absicht gemacht jetzt habe ich meine karten die ich will es ein metadeck leute ist ein brutales meter der keine chance der kann sogar jetzt dinger aufgeben was hat das wlan problem oder was was los alle hast du jetzt schon angst bekommen der hat gelesen ja mit taktik er weiß bescheid man habe ich den brutal eingeschüchtert komm herz der karten ich brauche jetzt nicht mein herz der karten kommt ja ja jetzt schüchter ich den erst ein ich lege jetzt die erstmal verdeckt wir schüchtern den jetzt richtig ein chill damit er denkt so scheiße was ist es mit links verdeckt liegt nicht alles verdeckt scheiße lasst auch paar sachen da so beschwören natürlich jetzt kann ganz getötet ganz etwas mit dem sein wlan hey bettel ja greif an naja wenn du gar nichts da hast alle direkt angriff was was willst du machen okay 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 lassen wir es weiß was sein sollte aber passt was habe ich hier drin zwar einfach eine karte damit er die zerstören kann leute das ist nicht mal so wichtig guck nicht mal so wichtig gewesen schon fertig oder was was ach komm mal ich sag doch der von der letzten folge hat nur glück gehabt dass ich meine karten nicht gezogen habe sonst hätte ich es beendet aber er hat ja effekt aktivieren direkt keine gnade leute keine gnade macht es nicht so spannend geht direkt weil wenn ich es zu spannend macht dann dauert es immer nur länger und länger und länger hier 2600 ich lege noch eine monster karte komm nimm mal den den machen wir dies und danach das will ich das eigentlich will ich schon aber egal komm nein wir gehen jetzt auf die battle phase sieht die leute das ist ganz einfach ihr denkt immer sofort total sagt weg und sagt und sagt und sagt sagt nächste runde ist ja vorbei weg mit denen also ich habe euch gesagt ist ein meter deck leute das ist ein meter deck der von der letzten folge der hat glück gehabt weil ich nicht eine monster karte bekommen habe weil sonst hätte ich es zerfetzt ich hätte alles auseinander genommen glaubt mir meine tutorials sind die besten haltet euch dran ihr braucht keine link links zink fink karten oder samson hong karten ihr braucht solche karten nicht ja guck mal ich habe die so eingeschüchtert nur mit diese karten nur mit diese karten habe ich den eingeschüchtert versteht ihr er hat keine karten mehr er weiß was er machen soll er sagt oh mein gott was ist die verdeckte karte dahinter er weiß es nicht er hat angst ja komm jetzt oder gib auf komm gib auf mach ein rage quit guck mal dein vogel zittert da schon Leute macht euch gar keine habt ihr gesehen habt ihr es gesehen also Leute lasst mir auf jeden fall eine bewertung da wenn ihr nochmal eine folge sehen wollt schreibt es auch in die kommentare und wir sehen uns in der nächsten folge wenn ihr darauf Bock habt Hade